Die Welt hat sich verändert. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren. Wo niemand mehr lebt, der sich erinnert. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Lego, der Herr der Ringe. Ich habe dieses Spiel geschenkt bekommen. Und zwar auf Twitch. Und zwar habe ich da gemurmelt. Marbles on Stream heißt das Spiel. Und habe das Ganze da gewonnen. Beim lieben Lerma. Der Lerma heißt der Kanal. Wer 18 plus ist, kann ja da gerne mal vorbeischauen. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Ah, da war Gollum, wie cool. Nice, die Grafik, oder Leute? Das ist der Hammer. Die Welt hat sich verändert. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren. Da niemand mehr lebt, der sich erinnert. Ich spüre es in der Luft. So, die machen wir mal aus. Ich spüre es in der Luft. So. Okay, ich spüre es. So. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Drei wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. Sie wurden den Zwergenherrschern, großen Werkleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und neun, neun Ringe wurden den Menschen geschickt, die vor allem anderen nach Nacht streben. Denn diese Ringe bergen die Stärke und den Winn in jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle getrunken, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Ein Ring, sie zu knechten. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis von Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelwelt. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Oh, was soll ich jetzt machen? Ich drücke H um uns zu weifen, okay. Ich drücke H um uns zu weifen, um uns zu weifen, um uns zu weifen. Ich drücke H um uns zu weifen, um uns zu weifen, um uns zu weifen, um uns zu weifen, um uns zu weifen. Oops. Dreh dich doch! Meine Güte! Ups! Gott... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin grad so leise, weil ich mich da echt kurz mit kreieren muss. Ich bin grad so leise, weil ich mich da nicht so leise. Ich bin grad so leise, weil ich mich da nicht so leise, weil ich mich da nicht so leise. Uiuiui, was ist jetzt? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich werde dich zerreißen! Da drüben! Vergriff! Schnapp dir, ihr Magen! Schnapp dir, ihr Magen! Da drüben! Ich verprügel dich wie ein Schaf! Da drüben! Schnapp dir, ihr Magen! 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 Ich verprügel dich wie ein Schwein! Ich verprügel dich wie ein Schwein! Ich verprügel dich wie ein Schwein! Schnapp dir, ihr Magen! Schnapp dir, ihr Magen! Schnapp dir, ihr Magen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh my god! Oops! Oops! Ich hätte jetzt mal wüsste, wie das so alles funktioniert! Ja! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wie kriege ich denn eine Musik? Oh my god! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Dieses Biest muss doch mal langsam zu besägen sein. Das war's für heute. 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 Und lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ihr Lieben, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.